Musik Es ist ein bisschen schwierig, das von hier oben jetzt, so zu sagen. Jonas, mal ganz kurz zum Modus für unsere Zuschauer, die nicht regelmäßig auf der deutschen Tour dabei sind. Das ist die sogenannte dritte Runde auf der Gewinnerseite, während wir hier unsere Drohne sehen, die die fantastischen Bilder von oben hier über dem Dimmendorfer Strand anbieten wird in den nächsten Stunden. Oder kommt ihr aus England? Tja, ich hoffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020